Lamborghini bringt ihre ersten 3D-NFTs auf dem Vivi-Marktplatz raus. Wann und wie, das bekommt ihr auf jeden Fall heute in diesem Video zu wissen. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details an für den nächsten Chucky-NFT-Drop und für den nächsten Disney-Card-NFT-Drop. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und gerne mehr Infos zu dem Thema Vivi und auch Ikumi haben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt den Kanal, so verpasst du definitiv keine neuen News mehr zu den ganzen Themen. Jetzt würde ich aber sagen, let's go ab ins Video. Und starten tun wir an dieser Stelle mit der Ankündigung des Tages. Und zwar nämlich, Lamborghini wird jetzt wirklich ihre NFTs auf Vivi rausbringen. Und zwar nämlich die 3D-NFTs. An dieser Stelle handelt es sich tatsächlich nicht um die ersten NFTs von Lamborghini selbst. Es gab schon mal NFTs, ob man die tatsächlich so wirklich ernst nehmen möchte, ist die andere Sache. Das waren mehr Sticker als wirklich hier wirklich relevante NFTs. Und jetzt bekomme ich hier wirkliche 3D-NFTs. Insgesamt werden das Ganze vier Stück sein. Und wir werden das Ganze am Sonntag, dem 19. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Wir schauen uns auf jeden Fall an, was für Sachen wir jetzt hier überhaupt bekommen werden an Fahrzeugen. Was auf jeden Fall erstmal sehr, sehr cool ist. Wir werden die insgesamt, wie gesagt, vier Rarität bekommen. Dementsprechend auch insgesamt vier unterschiedliche Designs. Wir haben als allererstes hier einmal eine Uncommon. Die wird also immer so aussehen. Und dann haben wir natürlich noch eine Rare, die ich persönlich am besten finde. Und dann haben wir noch als letztes die Altrair, die ich persönlich aber auch sehr, sehr gut finde. Die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gestaltet. Ansonsten wird das Ganze im Blindbox-Format stattfinden. Das heißt, ihr habt sozusagen die Möglichkeit, einen von diesen vier zu bekommen, wenn ihr eine Blindbox bekommt. Und ich gehe davon aus, dass der Listenpreis sich wahrscheinlich so in etwa bei 100 bis 200 Gems bewegen wird. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was die Dropdetails sagen. Und ich bin auf jeden Fall aber super gespannt, was Lamborghini hier zusammen mit Vivi aus dieser ganzen Aktion macht. Das Ganze wäre natürlich jetzt momentan eine Chance, wo man wirklich mal aktiv Marketing betreiben könnte. Denn zum Beispiel auch Coindesk hat darüber berichtet. Und zwar hier in einem Bericht. Das Ganze wurde insgesamt schon 110.000 Mal anderen Leuten angezeigt. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Leute eigentlich hier Coindesk-Followern, dann sind das einfach mal 3 Millionen Followern. Das ist schon eine stattliche Zahl. Und ansonsten hat zum Beispiel auch die Plattform Yahoo Finance darüber berichtet, dass hier NFTs von Lamborghini auch Vivi droppen werden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Webseiten, die auf jeden Fall auch darauf aufmerksam machen, wie viele Leute dann wirklich im Endeffekt daran teilnehmen. Das wird die andere Frage sein, wenn Vivi das natürlich mit Lamborghini aber attraktiv gestaltet, dass wirklich viele Leute auch was bekommen können, es aber dennoch immer noch selten bleibt. Dann wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Marketingstrategie, um viele Leute hier auch auf die App erstmal aufmerksam zu machen und tatsächlich auch langfristig an die App zu binden. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall die Dropdetails für den kommenden Drop an. Und zwar nämlich für Freitag um 17.00 in deutscher Zeit. Und zwar nämlich den Princess Pop-Up Card Drop an. Und der wird tatsächlich hier insgesamt mit 4 Sachen einmal droppen im Blindbox-Format. Das wird einmal hier die erste sein. Diese werden animiert mit Sound sein. Und als Erster ist es, wie gesagt, hier einmal die Ankrabmen. Ich finde an sich die Idee sehr, sehr cool. Für Listenpreis wird an dieser Stelle 40 Gems sein. Und die Edition 2, wie die ankamen, 1.991 Stück. Wird natürlich eine First Edition sein. Ansonsten haben wir als nächstes eine Rare. Das Ganze wird natürlich wieder animiert mit Sound sein. Mit einer Edition 2 von 1.412 Stück. Als nächstes haben wir dann eine Ultra Rare. Die wird insgesamt nur 1.225 Stück haben. Und als letztes haben wir dann auf jeden Fall noch eine Seagull Rare. Und die wird nur insgesamt 1.059 Stück haben. Insgesamt nochmal natürlich abzüglich der Editions, die Vivi sich einbehält. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Drop, wo man sich auf jeden Fall überlegen sollte, ob man den mitmacht oder nicht. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es unter Droppreis gehen wird. Aber ansonsten schreib mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare, falls du den ganzen Drop mitnehmen solltest. Und ansonsten kommen wir auf jeden Fall auf den Chucky NFT-Job zu sprechen. Der hier nämlich auch kommen wird. Und das Ganze nämlich am Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, mit seiner Freundin Tiffany kommt hier an dieser Stelle Chucky zusammen auf Vivi. Chucky selbst haben wir tatsächlich schon als NFT. Auch Vivi dementsprechend ist das hier keine First Appearance von Chucky und Tiffany, sondern nur von Tiffany. Ansonsten hat das Ganze einen Listenpreis von 50 Gems und eine Edition-Auflage von 2.666 Stück. Ja, ist halt eine Sache, wo man sagen muss, kann man auf jeden Fall so sehen, wie man möchte, ob das jetzt gerade richtig kommt oder nicht. Du kannst mir aber auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Teilst du den ganzen Drop und nimmst du den ganzen Drop mit? Oder lässt du ihn an dieser Stelle aus? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber ich glaube, viele Leute werden an dieser Stelle auf den Lambo-Drop warten und dafür sparen, was meiner Meinung nach auf jeden Fall kein schlechter Move ist. Und ansonsten schauen wir uns nochmal ganz kurz den Kryptomarkt an, denn hier geht es auf jeden Fall gerade wieder schleunigst nach oben. Insgesamt hier beim Bitcoin in den letzten 24 Stunden 9,1% ist das Ganze nach oben geschossen. Also wirklich ein ordentlicher Anstieg an dieser Stelle. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, in den letzten 14 Tagen oder auch 30 Tagen, ja, dann sind wir auf jeden Fall hier richtig schön am Durchstarten. Und das Ganze gilt natürlich auch für den Omi-Token. Der Omi-Token selbst ist ja auch hier in den letzten Stunden um einige Prozente gepumpt. Insgesamt hier in den letzten 8 Stunden insgesamt um 8%. Könnte natürlich mehr sein. Ist natürlich auch mit dem Lambo-Drop hier zusammen ein bisschen am Pumpen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir auf jeden Fall generell eine nicht allzu schlechte Entwicklung. Wir haben hier auf dieser Support sehr schön reagiert. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant, wie auch natürlich der allgemeine Kryptomarkt performen wird. Ob wir weitere High-Highs hier sehen werden oder ob es dann doch nochmal nach unten geht. Das wird natürlich auch hier mehr oder weniger den Omi-Token beeinflussen. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen wichtigen News, die du da draußen definitiv wissen solltest. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen mit der Glamot. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.